Moin oder was geht und herzlich willkommen zur nächsten Episode Fungis Wiedergeburt, diesmal auf Dome am Start, letzte Folge hatten wir richtig richtig Pech gehabt am Ende, das hätte es vielleicht werden können, vielleicht hätte es auch von der Zeit her nicht geklappt, aber explodieren muss sie ja nicht, ich muss sie ja nur einsetzen, also hier probieren wir es natürlich nochmal mit der MP7 auf. Boah, shit ey, fuck, jetzt kriege ich alles ab, ey, scheiße. Boah, die haben mich hart erwischt jetzt, ey. Natürlich, hier ist immer noch die gleiche Lobby, Venus Clan am Start. Explodiert das fast? Auf Dome muss ich mich auf jeden Fall auch mega ranhalten. Scheiße. Der hätte auf jeden Fall die bessere Position. Oh. Hinter mir? Nein. Oh. Komm, den outplayen wir. Scheiße. Ah. Nee, auf Dome wird das gar nichts hier gerade. Oh, ja, ich spawne und gleich fast tot. Alter. Waffe wechseln. Gut. Nicht so gut. Sauber. UAV online. MP9, eine der geilsten Waffen. Auf jeden Fall die geilste Zweitwaffe. Das auch für alle Fälle. Ah, danke, Verbündeter. Das war so glücklich. Oh mein Gott. Leute, was geht denn hier jetzt? Oh mein Gott. Scheiße. Was ein Streak, Alter. Was? Was war das für ein Feed, Mann? Ich hab's nicht genau... Ich konnte es nicht mitverfolgen. Was war das, Alter? Junge, ich bin gerade richtig ausgerastet. Hey, was ist das für ein geiles Spiel? Oh mein Gott. Der eine versuchte seine Connect... Oh, ein schöner Headshot. Versuchte seine Connections über COD zu machen. Oh mein Gott, ich hab... Oh, der Streak, Alter. Leute. Wie krass war der denn? Ich hab's nicht genau mitgekriegt. Vielleicht war es wieder übertriebener, als es wirklich war. Und das war schlecht. Das war... Oh, Fail Aim. Ah, glücklich. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin, ey. Nein. Nein, ich... Oh, ich erwisch ihn nicht. Ich hab das Gefühl, mit der MP9 war ich fast besser. Oh nein. Ein Heli. Und die Gegner am Start. Ah! Ach, der hat da Vorräte hingepackt, Mann. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ah! Ich bin so schnell mit Specialist. Wo ist der? Oh mein Gott, ich nehm die ja so krass auseinander. Oh, das ist nicht mehr feierlich. Echt. Oh mein Gott, scheiße. Fuck, ich zittere so krass. Wir haben noch gewonnen. Oh mein Gott. Yes, Alter. Yes! Oh! Scheiße, ich hab... Oh mein Gott. Ich bin richtig nervös gerade. Leute, und trotzdem hat der eine 23 zu 6 bekommen von den Gegnern. Also richtig knappes Spiel, richtig gut von den Gegnern auch. Ich bin richtig nervös, ey. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich verabschiede mich mit einem guten Sport. Haut da rein, Leute. Euer Fungi. Peace. UNTES. Dankeschines. Bis zum nächsten Mal.